Die Firma Poppin Gewächshausbau ist seit über 25 Jahren tätig. Besonders Foliengewächshäuser entwickelten sich zum Spezialgebiet des expandierenden Familienbetriebs. Die Palette wurde ständig erweitert. Heute werden Foliengewächshäuser ab 3,80 bis 12 Meter Breite in beliebiger Länge und mehrschäffige Gewächshäuser mit großen Dachlüftungen gefertigt. Durch unsere eigene Produktion kaufen sie direkt vom Hersteller. So können wir auch speziell nach Kundenwünschen fertigen. Die große Ausstellung am Firmengelände ist jederzeit zu besichtigen. Dort sind fast alle Gewächshaustypen komplett aufgebaut. Je nach Wunsch liefern und montieren wir auch Ihr Gewächshaus. Oder es steht zur Abholung bereit. Denn Poppin hat den Bogen raus.